Hallo meine liebe Freunde meine Schwester musste natürlich wieder ins Hospital weil sie so dumm war Hey ihr kleines Papier Auf jeden Fall muss ich jetzt zum Hospital weil mein Bein tut richtig die Wege Ich kann nicht mehr laufen Bis auf jeden Fall Willkommen im Krankenhaus Das ist der Mann von Deutschland Auf jeden Fall Oh Gott Boah du bist so langsam weißt du das Diggi sieh mal wie schnell ich bin Wuuuh Wuuuh Jenny alles wird gut Woller ein Arschluss Oh Woller ein Arschluss Oh Wollt ihr noch bei den Gästen Wenn ich den Apfel dort Ich weiß auch nicht Das ist ein Heilungsapfel Oh mein Gott Loll 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 Kommst du Lass mal nimm weg Oh mein Gott du musst doch mal raffeln Okay ich operiere Nein nicht du Noch nicht leider Du operierst Du bist keiner Ich bin der Schmerzste Mensch der Welt Ich bin der Schmerzste Mensch der Welt Ich bin der Schmerzste Mensch der Welt Du kannst nicht Komm mal Komm mal Ich bin der Schmerzste Mensch der Welt Ich bin der Schmerzste Mensch der Welt Tschüss Tschüss Ich bin der Schmerzste Mensch der Welt J1216 Möchtest du denn doch nur in deine Familie zu sein Ich bin der Schmerzste Mensch der Welt Ich bin der Schmerzste Mensch der Welt Juni lass mir einen Marathon machen Deine Viefamilie heilen ich weiß nicht ich guck mal her ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht wie geht ich wieder Marathon Leute Digga du gehst nicht sofort ich weiß nicht ich hab keinen Bock mehr auf keine äh du in die Schule geh nicht ich bin schneller ich bin schon drin alter du musst überhaupt nicht drin bis zuerst gesetzt ich weiß nicht 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 du musst du musst du ach jes warte 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 Jetzt setz dich in mein Führer. Heute lernen wir über... Ich bin dort. 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 Ich geh jetzt in Fittes rum. Ich geh jetzt in Fittes rum. Sport ist cool. Wer schreibt denn so eine Hässlichkeit? Wir müssen auch das hier machen. Aber Sport. Heute lernen wir über. Wir sind einfach Even. Wirplebi, wir machenflix. Ich bin dort. Ich bin es dabei. Wir können meine Konstell? Wir werden nie passieren. Wir können noch gucken. oh oh ja was schreibst du das ist jenny schreibst du du bist du 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 kannst du 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 Oder im Marathon laufen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!